Am kommenden Wochenende herrscht in Aalen wieder Ausnahmezustand, wenn tausende von Besuchern zu den Reichstädter Tagen kommen. Wir sprachen mit dem Leiter des Touristik-Service Aalen, Karl Trostbach, der das Fest seit mehr als 30 Jahren organisiert und betreut. Herr Trostbach, was passiert denn dieses Jahr bei den Reichstädter Tagen? Ja, dieses Jahr werden die Reichstädter Tage zum 38. Mal gefeiert. Also begonnen hat alles 1975 und wir haben wiederum ein volles Programm. Es sind viele, viele Vereine auf den Bühnen, es sind Musikkapellen, die für die musikalische Unterhaltung sorgen auf den Musikpodien. Und wir haben natürlich auch wieder internationale Gäste und das macht dieses Stadtfest eigentlich so interessant. Welche Besonderheiten gibt es denn dieses Jahr? Nun zu den klassischen Höhepunkten zählt natürlich der B-Einstich am Samstag um 10. Dann haben wir am Samstagabend um 23.30 Uhr ein Musikfeuerwerk am Rathaus. Das Bühnenprogramm ist natürlich immer ein Höhepunkt. Wir haben zwei interessante Modenschauen, die stattfinden. Wir haben die Autoschau im südlichen Stadtgraben. Wir haben die Partnerschaftsfeier am Samstagnachmittag. Also es ist für jedermann etwas geboten und vor allen Dingen gibt es 120 Stände, wo es dann kulinarische Dinge gibt, sodass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Ja, die Rechstädter Tage sind eigentlich ein Kristallisationspunkt. Hier kommt alles zusammen. Hier kommen alle zusammen gewissermaßen. Die Einheimischen feiern mit den Zugezogenen. Es gibt spezielle Treffen von Ahlenern, die mittlerweile weggezogen sind, die sich dann speziell für den Stadtfesttermin verabreden. Altersgenossen-Treffen werden gemacht, Klassentreffen werden durchgeführt. Also hier ist Bewegung und hier ist Begegnung angesagt.